Ah, diese herrliche, verpackte Landschaft. Ah. Na nü? Ein Diamanterbst, einfach so. Das ist doch sicher eine Falle. Ist hier jemand, der mich beobachtet? Ein Edmund? Ist er vielleicht in dieser Höhle da hinten? Und beobachtet mich von dort aus? Nein. Hm, aber eine schöne Höhle ist das schon. Hm. Vielleicht ist es eine Redstone-Falle. Ich muss das Redstone finden. Ich hab mir gestern minecrafted auf und bin jetzt auf einer Minecraft-Körbe. Ist das schön hier. Oh, ein Diamant. Oh, da ist ein Loch. Das ist aber eine Fiese volle. Zum Glück bin ich gar nicht drauf reingefallen. Jetzt nehme ich mir den Kriamant-Plug mit und mach mir ganz viele schöne Sachen. Yay. Wo ist das Redstone? Oh, nein. Oh, nein. Jetzt bin ich auch noch gestorben. Toll, kein Rätsel. Wo ist der Diamantblock hin? Wo ist der Diamantblock hin? Mmh!